Namt ihr lieben Hamburger, wie ihr seht oder auch nicht seht, was mich schon wieder stört, das ist der Bürgermeister von Hamburg. Keine Sau kennt ihn, keiner kennt ihn, Olaf Scholz kennt jeder Mensch auf diesem Planeten, genauso wie Ole von Beust mit seinen zwei Kindern und seiner hübschen Ehefrau. Den kennt jeder oder die kennt jeder, aber ihn hier, Peter Tschentscher kennt keine Sau. Und ich möchte mich jetzt hier für Peter Tschentscher einsetzen und sagen, Peter, Jahrgang 1966, aufgewachsen in Oldenburg, studiert in Hamburg und dann ab 94 als Assistenzarzt im UKE in Eppendorf, ist unser erster Bürgermeister von Hamburg. Seit 2018. Und wer das immer noch nicht kapiert hat, das ist unser Peter Tschentscher. Olaf ist weg. Die Frisur ist dieselbe, aber wir müssen uns endlich mal klar werden, dass das unser neuer Mensch ist, hier an der Seite in Hamburg. Das ist er, das ist unser Peter. Leute, meine Güte, der ist so lange im Amt. Egal, egal, wie ich sage, kennst du den neuen Bürgermeister von Hamburg? Nein, 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 nein. Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Will ich ein Bild von ihm zum Beispiel zeigen? Auf Spaß. Wer ist das? Wer ist das? Äh, äh, kenn ich nicht, kenn ich. Hast du nichts anderes zu tun? Hallo, das ist der erste Bürgermeister von Hamburg seit 2018, nicht seit vorgestern. Äh, nervt mich nicht. Hast du nichts anderes zu tun? Ey, ich kenne mich überhaupt nicht aus mit Politik. 0,0. Und dann kommt so ein Spruch. Na gut, meine Lieben, euch noch einen schönen Abend. Verzeiht mir für diese Kameraführung und dieses Licht. Und es ist auch weg. Bis dahin, alles Gute. Bis dahin, alles Gute. Vielen Dank.